Auf die Feuerwehr Norden sind in letzter Zeit vermehrt Anrufe zugekommen mit der Frage, was zu beachten ist, wenn man sogenannte Teelichtöfen in Häusern betreibt und so weiter. Das hat uns tatsächlich alarmiert, dass wir gesagt haben, da wird gebastelt. Wir haben da eine Gefahr gesehen, denn selbst gebaute Teelichtöfen und solche Sachen, das ist natürlich etwas, was aus Feuerwehrsicht riesige Gefahren birgt. Aus diesem Grund haben wir einen Versuchsaufbau gestartet, haben mal vorgestellt, wie ein Teelichtofen funktionieren sollte und haben, glaube ich, auch ganz anschaulich zeigen können, was eben passiert, wenn er nicht funktioniert. Aufgrund dieser Gefahr, da denke ich mir, das ist ganz wichtig, dass eine Feuerwehr darauf hinweist, denn hier kann es zu großen Schadensfeuern kommen. Ein Teelichtofen besteht im Prinzip aus einem Tonuntersetzer, einer Gewindestange und einen auf den Kopf gestellten Blumentopf, auch aus Ton in der Regel, der da drüber gestülpt ist. Unten drunter stehen Teelichter und die Wärme der Kerzen wird in diesem Blumentopf aufgefangen und die vergrößerte Oberfläche strahlt dann halt eine Wärme ab. Das Ganze ist sehr theoretisch, denn in der Effizienz ist das natürlich irgendwo fraglich. Aus Feuerwehrsicht ist aber die Gefahr das, was da hervorgeht, wo man darauf hinweisen möchte. Denn es kann aufgrund von Wärmestauungen zu Bränden kommen, also das Wachs kann überhitzen. Der Ofen selber kann auseinanderfallen, das haben wir gerade in unserem Beispielaufbau sehr schön sehen können, dass sich der Kleber gelöst hat, der Ofen dann umfällt, das Wachs spritzt durch die Wohnung und kann eben somit Tischdecken, Tische, Gardinen und so weiter entzünden. Das heißt generell offenes Feuer in der Wohnung ist auf jeden Fall von abzuraten, es birgt riesige Gefahren. Ja, wir haben auch, glaube ich, zeigen können, dass Heizlüfter nicht ungefährlich sind. Wenn es dann einer ist und der für eine Zeit lang läuft, dafür sind sie gemacht, das ist alles in Ordnung. Die Gefahr aus Sicht der Feuerwehr ist an dieser Stelle aber die Überlastung des Stromnetzes. Wir haben hier besonders ältere Häuser im Auge, wo vielleicht die Elektrik nicht mehr auf dem neuesten Stand ist, wo nicht die Sicherungen entsprechend verbaut sind, so wie man es heute macht. Und wenn dann mehrere Heizlüfter an einer Steckdose, vor allen Dingen das Thema Mehrfachsteckdosen möchte ich hier nochmal ansprechen, angebracht sind, dann kommt es zu Überhitzungen dieser Leitungen und eben auch an der Stelle zu Entstehungsbränden. Die Anrufe der letzten Zeit haben uns gezeigt, dass die Menschen sich halt überlegen, wie sie diese hohen Kosten umgehen können und das Portemonnaie schonen. Und da fängt man halt an, ältere Ofen wieder in Betrieb zu nehmen, was in Rücksprache mit dem Schornsteinfeger sicherlich in Ordnung ist. Das sollte kein Problem sein, aber auch da bitte darauf achten, dass der Ofen geprüft ist. Und ja, diese Geschichten Heizlüfter beziehungsweise Teelichtöfen, da sehen wir ganz, ganz große Probleme auf uns zukommen. Ja, und dann möchte ich nochmal das Thema ansprechen CO, also Kohlenmonoxidvergiftung. Wir haben auch die Befürchtung, dass eventuell mal irgendwo ein Holzkohlegrill einfach mal in die Wohnung gestellt wird, was natürlich die denkbar schlechteste Möglichkeit ist. Das ist wirklich lebensgefährlich. Ein Holzkohlegrill, dort entweicht Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist geschmacks- und geruchslos. Das heißt, man merkt das selber nicht, wird irgendwann mal müde, schläft im schlimmsten Fall ein und ja, verstirbt. Kohlenmonoxid. 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 Vielen Dank.